Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem Unboxing von Fallout 4. Ja, euer YouTube Gamescom auf der PS4 hat mal Fallout 4 gekauft und jetzt machen wir das Ding mal zum ersten Mal auf und schauen was drin ist. Oh, scheiße, geil! Hey, mamma mia Leute, ich kann es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Da ist die CD Fallout 4 und sie symbolisiert eine Atombunkertüre. Ja, so sieht das aus und dabei ist natürlich, hier wir sehen es, eine, ja, es ist richtig, eine Karte mit kleinen Männchen. Und zwar sind das die Spezialeffekte, die man, die es da gibt. Schaut es euch genau an. So sieht das aus. Irgendwelche Spezialeffekte und da ist natürlich noch mehr dabei. Einen Session Pass, was immer das bedeutet, vielleicht wisst ihr das. Natürlich ein bisschen Werbung. Das Überlebenshandbuch, was eigentlich kein Überlebenshandbuch ist, weil wenn ihr es öffnet, werdet ihr nicht sehen, dass es irgendwas mit Überleben zu tun hat. So, und natürlich noch, nee, das war's. Das war's. Fallout 4 ist ein Ego-Shooter-Spiel, was in einem Atomkrieg zerstörten, Atombomben zerstörten Boston spielt. Es ist so, es ist genau, es ist möglich, in First-Personen zu zocken, also in Ego-Shooter-Perspektive, in Dritt-Personen-Perspektive wie in GTA. Und man kann Menschen töten und die Gliedmaßen abballern. Das heißt, ihr könnt den Kopf wegballern, die Arme wegschießen und was weiß ich, mit der Axt die Hand abhacken. Alles möglich in dem Spiel. Das Spiel ist in Deutschland 100% der Uncut. Und, ja, gibt es für 59 Euro zu kaufen. Geiles Ding. Wird irgendwo mal angetestet in den nächsten Tagen. Jo, haut rein. Bis dann, ciao.